in diesem video möchte ich nur ganz kurz ein tool vorstellen das ist sehr einfach zu bedienen aber durchaus praktisch das heißt uptime kuma und es betreibt monitoring zumindest sehr einfaches monitoring ich zeige mal direkt wie das ganze hier so aussieht ich habe mal zum test zwei sachen hier hinzugefügt und zwar meinen raspberry pi und meinen büroserver und dann kann man hier sehen er pingt jetzt die ganze zeit diesen server an und gibt dann dementsprechend auch die ping latenz wieder aus das heißt man kann da auch schon feststellen ob es vielleicht irgendwelche netzwerk probleme gibt gibt natürlich auch deutlich aufwendigere tools aber dieses halt wirklich nur für einfache netzwerk probleme oder vielleicht auch hardware probleme wenn etwas ausfällt was daran so besonders naja es ist halt super einfach wir haben hier verschiedene monitoring typen tcp einfacher ping wir können aber auch zum beispiel ein bestimmtes suchwort auf einer webseite aufrufen das heißt kann man auch feststellen wenn sich eine webseite ändert ist auch vielleicht ganz interessant wir können dns dienste prüfen wir können aber auch docker container aber prüfen was für uns ja beim smart home server auch sehr interessant ist dann können wir auch passiv sachen monitoren das heißt wenn wir zum beispiel irgendein gerät hinter einer firewall entfernt stehen haben und wir können das vielleicht nicht direkt erreichen dann können wir da auch einen einfachen push service erstellen das setzt dann allerdings voraus dass das uptime kuma von außen zu erreichbar ist also aus dem internet heraus erreichbar ist das braucht man nicht zwangsläube wenn man mqtt nutzt dann braucht man aber zumindest einen aus dem internet erreichbaren mqtt broker hier kann man schon sehen da sind einige sachen vorhanden man kann auch datenbanken oder spielserver überwachen das ist schon ganz cool und das ist dann die eine sache dann stellt man hier noch mal das überprüfungsintervall ein zb 60 sekunden ich glaube das kürzeste was man machen kann dass 20 sekunden aber meistens reichen drei vier minuten aber ich habe es einfach auf 60 sekunden das schadet nicht sondern wenn halt diese 60 sekunden abgelaufen sind und der server war nicht erreichbar dann wird noch mal kurz gewartet und dann wird eine benachrichtigung geschickt und auch da gibt es wieder etliche möglichkeiten ebenso eine benachrichtigung zu schicken zum beispiel e mail ganz klassisch aber auch telegramm oder auch home assistant über die push notification oder gotify ist ja auch sein freier dienst der ist auch mit dem smart home server von mir mit drin praktisch ist auf jeden fall zum beispiel auch so ein webhook ich weiß nicht ob das hier als webhook aufgelistet ist oder als http hier ist webhook drin da kann man dann zum beispiel auch direkt an note red zum beispiel noch eine url aufrufen die dann zum beispiel einfach mal kurz den strom von irgendetwas zieht falls man weiß dass ein gerät mit einem neustart oder einem hard reset zum beispiel schnell wieder zu starten und 30 genau das war eigentlich schon die vorstellung von diesem tool probiert es auf jeden fall mal aus das ist wirklich praktisch halt für geräte wo man sich darauf verlassen möchte klar man muss sich auch das gerät verlassen wo ab deinem kummer läuft deswegen habe ich das zum beispiel so dass ich mal ein vps server also der im internet läuft auch auf meinen home server aufschalte und umgekehrt das heißt wenn einer von beiden aufgefallen ist dann bekomme ich da in jedem fall eine benachrichtigung dann kann man halt hier auch noch verschiedene kanäle einrichten verschiedene tags und es ist ein sehr schlankes einfaches tool und wenn man dann mal ein gerät hat die man nicht so vertraut dann bekommt man innerhalb von wenigen sekunden eine meldung dass es nicht mehr läuft kann reagieren und alle sind wieder glücklich insofern auch hier immer schön smart und unabhängig bleiben